Ob im heimischen Garten, rund ums Haus, im Galabau oder im Straßenbau am Straßenrand, mit unseren Mini-Baggern MB110K und MB200 sind sie bestens für ihr individuelles Bauvorhaben gerüstet. Trotz der geringen Größe verfügen die stabilen Monoblock-Schwenkausleger über extrem hohe Reiß- und Losbrechkräfte. Für zusätzliche Vielseitigkeit in den unterschiedlichsten Einsatzumgebungen verfügen unsere modernen und innovativen Maschinen über Arbeitsleuchten, ein verstellbares Planierschild und bodenschonende Gummiketten. Zwei inkludierte bezahnte Tieflöffel sowie der jeweils optional mietbare Böschungslöffel sorgen für zusätzliche Flexibilität bei ihren Grabarbeiten. Die Löffel können dank des Lenhoff-Schnellwechselsystems einfach, schnell und sicher gewechselt werden. Ein Highlight bei beiden Modellen ist der verstellbare Unterwagen. Die variable Spurbreite ermöglicht es einerseits enge Durchfahrten zu passieren, andererseits die Standfestigkeit enorm zu erhöhen. Somit kombiniert die Gruppe der Mini-Bagger Kompaktheit mit Leistungsstärke und realisiert so auch Erdbewegungen auf engstem Raum. Bei Mini-Bagger MB110K ist die schmale Baubreite von gerade mal 0,8 Metern sowie der geringe Heckschwenkradius von 0,83 Metern besonders hervorzuheben. Durch zusammenfahrbare Kettenfahrwerke und einen umklappbaren Überrollbügel ist sogar das Passieren von Türen, schmalen Einfahrten und Gartentouren sowie das Befahren von Gehwegen und Bürgersteigen möglich. Schmale Durchfahrten stehen Ihnen auch mit dem MB200 nicht im Weg. Eine Baubreite von 1,04 Metern und der geringe Heckschwenkradius von 1,06 Metern zeichnen dieses Modell aus. Das geringe Betriebsgewicht von unter zwei Tonnen ermöglicht sogar Einsätze auf Betondecken, die über entsprechende Tragkraft verfügen. Das steigert die Produktivität enorm. In den kalten Jahreszeiten sorgt eine beheizte, panoramaverglaste Sicherheitskabine für Schutz vor Witterungseinflüssen und optimale Rundumsicht. Durch geringe Baubreite und Betriebsgewicht lassen sich die MiniBugger zudem problemlos mit einem Anhänger, den Sie ebenfalls in unseren Mietstationen erhalten, transportieren. Starten Sie jetzt Ihre Mietanfrage und lassen Sie sich von unserem Serviceteam individuell für Ihr Projekt beraten. Bayer Mietservice hält für alle Zugangsvoraussetzungen und Platzverhältnisse den passenden MiniBugger für Sie bereit. Wir sehen uns im nächsten Mal. 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 Wir sehen uns im nächsten Mal.